Musik Aber wenn du lieber noch alleine fahren willst, dann kann dir das zeigen, das ist nicht Spaß. Wenn du ein paar Runden alleine noch fahren willst. Dann ist es okay. Ja. Wie nicht, normalerweise. Ich will nichts verhauen, ich will nichts anbauen. Vielleicht will ich nicht, dass ich dann nichts falsch machen kann. Ich will nicht dir lernen, ich will nicht, wo ich Talent bin. Ich will nicht, dass du mit dir Gefühl hast, ich will nicht. Ich wird nicht mehr als Schmuck. Und selbst schmutztate. Er ist Dopp, dass ich es nicht mehr gibt. Machen wir mal Kupfer, machen wir alles fertig und dann zeig ich euch das. Das ist wirklich noch eine Schwanung. Und die Traktor, die ich gesagt habe, das ist mega schwan, also... 23 Jahre. Na, da ruhen wir mal mit. Das war ich zum ersten Mal ganz alleine. Ja. Reinen GPS. Das muss ich gar nicht machen, aber auf deiner Hände frei. Das ist richtig. Das kann alle? Ja. Das kann alle? Ja. 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 Ja.